du besuchst eine traumatherapie schon seit jahren oder du hast ja auch schon vier fünf mal den therapeuten gewechselt und ein heilungsprozess und eine heilung an sich geht nicht voran woran liegt es denn heute erfährst du von mir 15 hemmungsfaktoren entwicklungshemmungen bei der traumaheilung du wirst sicherlich einige auch bei dir selbst erkennen ich bin gabriela und jetzt freue mich auf dich entwicklungstrauma beziehungsweise komplex trauma wie der name auch schon sagt ist ein komplexes thema das viele menschen betrifft und oft schwerwiegende auswirkungen auf die psychische gesundheit hat bei der heilung eines entwicklungstrauma können jedoch verschiedene entwicklungshemmungen auftreten die den betroffenen das fortschreiten in ihrer heilung erschweren nun lass uns jetzt die 15 wichtigsten entwicklungshemmungen bei der heilung eines entwicklungstrauma näher anschauen und auch das warum sie den betroffenen so schwer fallen die erste hemmung heißt selbst annahme eine der wichtigsten entwicklungshemmungen bei der heilung von entwicklungstrauma ist die mangelnde selbst annahme menschen mit kindheitstrauma haben oft gelernt sich selbst abzulehnen und ihre eigenen bedürfnisse zu ignorieren dies kann dazu führen dass sie schwierigkeiten haben ihre eigenen gefühle und erfahrungen anzuerkennen und anzunehmen sie fühlen sich häufig unwürdig und minderwertig was es ihnen schwer macht sich selbst zu lieben und sich um ihr eigenes wohlbefinden zu kümmern meiner erfahrung nach ist dass jene fähigkeit die am schwersten zu erlernen ist die zweite hemmung heißt klares identitätsgefühl eine der größten entwicklungshemmungen bei der heilung von entwicklungstrauma ist ein mangel des klares identitätsgefühl menschen mit kindheitstrauma haben oft schwierigkeiten ihre eigene identität zu definieren und sich selbst als eigenständige individuen wahrzunehmen dies kann dazu führen dass sie sich ständig unsicher fühlen wer sie wirklich sind und was sie wollen sie haben möglicherweise schwierigkeiten ihre eigenen bedürfnisse zu erkennen und zu kommunizieren da sie sich oft an die bedürfnisse anderer angepasst haben um in ihrer traumatischen umgebung zu überleben diese unsicherheit in bezug auf die eigene identität kann es schwierig machen fortschritte in der heilung zu erkennen da die betroffenen oft von zweifeln und selbst zweifeln geplagt werden die dritte hemmung lautet vertrauen in andere menschen ein weiterer entscheidender faktor der die heilung bei menschen mit entwicklungstrauma hemmen kann ist ein tiefgreifendes misstrauen gegenüber anderen menschen traumatische erfahrungen in der kindheit können das vertrauen in andere menschen stark erschüttern betroffene haben möglicherweise gelernt dass andere ihnen schaden zufügen oder sie verraten können was zu einem allgemeinen misstrauen führt dieses misstrauen erschwert es den betroffenen sich auf therapeutische beziehungen einzulassen und die unterstützung andere anzunehmen sie können schwierigkeiten haben zu glauben dass ihnen geholfen werden kann oder das andere es gut mit ihnen meinen das fehlen von vertrauen in andere menschen kann die heilung verzögern da es die bereitschaft zur zusammenarbeit und zur öffnung für neue erfahrungen behindert die vierte hemmung lautet selbstwertgefühl und selbstliebe ein niedriges selbstwertgefühl und fehlende selbstliebe sind weitere entwicklungshemmungen bei der heilung von kindheitstrauma menschen mit dieser erfahrung haben oft gelernt dass sie nicht wertvoll sind oder dass sie liebe und anerkennung nicht verdienen dies kann zu einem starken mangel an selbstvertrauen und selbst akzeptanz führen betroffene haben möglicherweise schwierigkeiten sich selbst zu lieben und sich selbst als wertvolle menschen anzusehen sie können sich selbst kritisieren abwerten und sich für ihre eigenen bedürfnisse und wünsche schämen dieses niedrige selbstwertgefühl und die fehlende selbstliebe können es den betroffenen erschweren die notwendige selbstfürsorge und selbstreflexion zu praktizieren die für die heilung von kindheitstrauma von entscheidender bedeutung sind die fünfte hemmung lautet selbst mitgefühl meine erfahrung nach sowohl auf dem weg meine eigene heilung als auch die gleichen erkenntnisse aus meiner arbeit mit meine klienten und klientinnen zeigen es ganz klar dass der fünfte hemmungsfaktor selbst mitgefühl zu erlernen uns allen am schwierigsten fällt wobei genau dieser hemmungsaspekt wenn wir diese nicht beherrschen ganz viele negative folgen hat deshalb beleuchten wir diesen aspekt jetzt ganz genau ich bin mir fast sicher dass bereits auch du dich selbst schon öfters gefragt hast warum es dir so schwer fällt selbst mitgefühl zu entwickeln oftmals haben menschen mit kindheitstrauma gelernt sich selbst die schuld für ihre erfahrungen zu geben und fühlen sich daher nicht würdig mitgefühl für sich selbst zu empfinden die entwicklungshemmung kann dazu führen dass betroffene sich selbst abwerten und sich selbst gegenüber kritisch und streng sind sie haben schwierigkeiten sich selbst zu vergeben und sich selbst liebe und fürsorge zukommen zu lassen dieser mangel an selbst mitgefühl kann den fortschritt ihre heilung erheblich behindern diese fehlende fähigkeit sich selbst mitfühlend zu begegnen kann dazu führen dass betroffene sich in einem ständigen zustand der selbst ablehnung befinden sie fühlen sich unwürdig von liebe und unterstützung und ziehen sie sich oft von anderen menschen zurück es klingt ja sehr paradox auch nicht wahr dies kann aber zu einem isolierten und einsamen lebensstil führen der die heilung weiter erschwert ein weiterer grund warum selbst mitgefühl bei der heilung von entwicklungstrauma uns so schwer fällt liegt darin dass betroffene oft das gefühl haben dass sie es nicht verdienen glücklich und gesund zu sein sie glauben dass sie aufgrund ihrer vergangenheit nicht das recht haben erfüllung und zufriedenheit zu erfahren diese glaube kann zu einem tief verwurzelten muster der selbst sabotage führen bei dem betroffene sich selbst davon abhalten positive veränderungen in ihrem leben zuzulassen darüber hinaus kann die fehlende fähigkeit sich selbst mitfühlen zu behandeln dazu führen dass betroffene in destruktive verhaltensweisen verfallen um mit ihren emotionalen schmerzen umzugehen sie können sich in sucht verhalten selbstverletzung oder anderen schädlichen gewohnheiten verlieren um vorübergehend von ihren inneren schmerzen abzulenken die betonung liegt auf vorübergehend das ist natürlich für den moment eine erleichterung und ich weiß ich kann es nachvollziehen denn ich habe das auch selbst durchlebt was das bedeutet diese enorme immense innere anspannung endlich aufzulösen dies ist aber leider nicht die lösung dieser teufelskreis der selbst zerstörung kann die heilung erheblich verzögern und die betroffenen weiterhin in einem zustand des leidens halten auch ich war über ein jahrzehnt von sucht zu sucht verfallen und mein zwanziger jahre verliefen mit essstörung mit alkoholkonsum rauchen und ich landete dann bei extrem sport ich habe alles mögliche ausprobiert was durch dopamin schuss und adrenalin eine erleichterung womöglich bringen konnte ein weiterer grund warum selbst mitgefühl bei der heilung von entwicklungstrauma so schwer fällt liegt in der überwältigenden angst vor verletzlichkeit menschen mit kindheitstrauma haben oft gelernt ihre emotionen und bedürfnisse zu unterdrücken um sich vor weiterem schmerz zu schützen sie haben angst davor sich selbst zu öffnen und anderen menschen zu vertrauen da sie die erfahrung gemacht haben dass dies zu weiteren verletzungen führen kann diese angst vor verletzlichkeit kann es schwierig machen sich selbst gegenüber mitfühlend zu sein da dies bedeutet sich offen und verletzlich zu zeigen des weiteren kann die entwicklungshemmung der scham auch das selbst mitgefühl beeinflussen menschen mit kindheitstrauma können ein tief verwurzeltes gefühl der scham für ihre eigenen bedürfnisse und gefühle entwickeln sie können sich schuldig und beschämt fühlen wenn sie versuchen für sich selbst einzustehen oder ihre eigenen grenzen zu setzen dies führt wiederum dazu dass sie sich selbst ablehnen und sich nicht erlauben sich selbst liebevoll zu behandeln merkst du wie zentral das erlernen dieser fähigkeit vom selbst mitgefühl für uns sei die nächste eine der häufigsten entwicklungshemmungen ist der selbstschutzmechanismus menschen die in ihrer kindheit traumatische erfahrungen gemacht haben haben sehr früh gelernt sich selbst zu schützen um weitere verletzungen zu verhindern dieser selbstschutz kann sich in verschiedenen formen manifestieren wie zum beispiel das vermeiden von emotionalen situationen oder das unterdrücken von negativen gefühlen darüber hast du auch in dem video dissoziation spektrum gehört obwohl der selbstschutz in der kindheit notwendig war um zu überleben kann er im erwachsenen alter zu einer blockade bei der heilung führen die betroffenen personen können schwierigkeiten haben sich ihren eigenen emotionen zu öffnen oder sich auf beziehungen einzulassen aus angst vor erneute verletzung den nächste womöglich blockierende aspekt kennst du mit sicherheit das ist die dissoziation denn dissoziation ist ein abwehrmechanismus des gehirns bei dem die betroffene person sich von ihrer umgebung oder von sich selbst trennt um den schmerz und die angst des traumas zu vermeiden diese trennung kann dazu führen dass die betroffenen schwierigkeiten haben in der gegenwart zu leben und die realität zu akzeptieren eine veränderung auch der traumafolgen ist aber nur in der gegenwart möglich sie können sich oft abwesend oder abgetrennt von sich selbst fühlen und haben schwierigkeiten ihre gefühle und bedürfnisse wahrzunehmen die dissoziation kann daher die heilung erschweren da die betroffene person nicht in der lage ist das trauma bewusst zu verarbeiten und zu heilen um das video nicht unnötig zu lange zu machen habe ich die weiteren acht häufigsten hemmungsfaktoren bei der heilung von entwicklungstrauma in meinem blog artikel für dich zusammengefasst den link findest du in den show note es geht um die fähigkeit sich in beziehungen wohl zu fühlen um die entspannungsfähigkeit um die fähigkeit sich selbst vollständig auszudrücken um willenskraft und motivation um den seelenfrieden um die selbstfürsorge um die empfindung des lebens als geschenk wahrzunehmen und das selbstvertrauen ach du meine nase du hast jetzt schon mal fünf der 15 hemmungsfaktoren kennengelernt und den rest erfährst du aus meinem blog auf meiner internetseite ganz spannende themen und ich glaube dass du auch für dich jetzt sehr gut reflektieren konntest oder kannst welche diese hemmungsfaktoren bei dir ja die größte rolle spielen und ja ich weiß auch wie diese hemmungsfaktoren aufzulösen sind vielleicht hast du auch eine oder andere frage darüber würde ich mich sehr freuen oder dass du eben kommentiert und jetzt erst mal ganz liebe grüße und eine gute zeit gabriela